Ich wollte meinen Kopfhörer nicht einklemmen, apropos einklemmen, erst wenn ich das mal kabel bisschen verkleinern wieder, guten Tag, guten Abend, guten Morgen, Sachen einstellen, ich habe gestern Nacht noch mal ein bisschen, man sieht zwei Stunden, ein bisschen rumgeguckt und ich habe es geschafft, dass das Spiel jetzt über den Multiverse Launcher funktioniert und auch grafisch und so alles relativ in Ordnung aussieht, deswegen ist es hier unten jetzt anders und ich habe alles nochmal nachgespielt. Ich weiß nicht, warum die Mission gelb ist, warum die nicht erobert ist, aber okay. Endlich sind wir richtig im Sonnensystem, aber ich warte noch ein bisschen bevor wir starten. Guten Morgen an alle, da sind ja auch schon alle wach. Ach, stimmt, es kommt eine Sache, die ich noch machen wollte, bevor ich es schon wieder vergesse. So, eine Sache, die ich andauernd vergesse. Den ganzen Tag habe ich dran gedacht, seit ich aufgestanden bin. Dann vergesse ich es wieder. Da hin, da hin, da hin, da hin. Das hat mir das richtig geändert. Ich will kurz was machen, und zwar... Ja, komm, da können wir auch einfach hingehen. Gibt es das überhaupt? Ja, da kann ich auch einfach hingehen. Gibt es das überhaupt? Ah, mach ich einfach so. Passt schon. Döp, 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 döp. Ah, funktioniert auch alles. Alles super. Oh, Zähne putzen und dann Mango Energy trinken. Interessanter Geschmack. Ich habe schon ekelrisches gegessen, getrunken, äh, geschmeckt als das. Von daher... Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Einzige, was ich jetzt noch einstellen muss, ist vielleicht die, ähm... Sound-Einstellung, weil das konnte ich jetzt nicht kontroll... Bzw. habe ich jetzt nicht kontrolliert. Ah, von daher. Eingriff aus den Lüften. Ich spüre eine Bedrohung. Ganz deutlich. Eingriff aus den Lüften. Ich muss mich auf den vorstehenden Kampf vorbereiten. Okay, ich muss das... ...leiser stellen. Oh, eher wahrscheinlich dann. Oh, eher wahrscheinlich dann. Wir brauchen sie auch. Tsunami. Tsunami. Komm. Hey. Geh so. Wieder. Geh da hin. Da hin. Wieder. Da hin. Da hin. Da hin. Und da wollen wir ganz viele... Menschen holen schon mal. Hier brauche ich 5. Ich könnte jetzt auch schon grün besiegen. Oder ich könnte mir hier den Erdbeben holen. Oh. Hey, nice. Meiner. Ne, der haut jetzt gerade ab. Ach, da möchte ich den dann nicht mehr. Klingt super. Mein Erdbeben. Hier war kein Baum, oder? Ich weiß es gar nicht. Hallo. 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 Na dumm, die kriege ich nicht. Kann ich mir gleich holen, aber egal. Glaug. Glaug. Genau. Ich glaube, ich krieg die auch alleine platt. Das Wasser mit dir. Ah, okay. Nimm mich jetzt halt. Ich jetzt was halt eben. 1 gegen 1. Du, dich. Irgend00�만. Ok, ist doch vielleicht… Näh? Bisschen zu laut. So müsste vollkommen in Ordnung sein. Dass die nicht stirbt. Ja, jetzt. Geht doch. Ja, und sind noch ganz viele. Hier sind... Okay, hier ist keiner. Oh Gott, sind da oben viele. Nach oben. Ich werde das jetzt hoffentlich auch nicht aus. Ah, wie viele da unten jetzt sind. Ah, interessant. Was die Letzten sind. Ist das super. Ich habe keinen Bock auf Erdbeam auf meiner Insel. Sehr schön. Ah, da rein. Da rauf. Da rauf. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo die ganzen Bäume hier sind. Deswegen will ich eigentlich nicht so viele Häuser bauen. Von nicht so eng. Ah. Guck mal her. Die Frage, was ist das da? Was ist das da oben? Sechs. Okay, da müssen sechs rein. Und hi. Nico und hi Birna. Willkommen. Guten Abend. Guten Morgen. Je nachdem. Ich möchte hier gerne einen Runterweg haben. Super cool. Dass die nicht so einen endlos langen Weg dahin gehen müssen. Abend passt schon. Oh Gott, die Katze. Wenn er da ran, wenn er da ran. Ich muss halt auch passen, wenn er in Gelb versucht hat, anzugreifen. Ich habe den Weg zu Twitch mal gefunden. Oh Alter. Oh. Nice. Und schön, dass ich dann der Auserwählte bin. Wo ist denn Gelb? Gelb ist hier oben. Und zwar genau wegen dem da. Hm. Wunderschöne Flug einhalten. Ah, die sind gestorben, weil sie nicht konnten. Okay. Ist in Ordnung. Ich habe den Geist. Ich habe den Geist. Ich habe den Geist. Tup, 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 tup. Ah, okay, man kriegt das magische Schild. Wollte doch mal anfangen... ...Dachtturm hier zu bauen. Ah, die Verteidigung werde ich auf jeden Fall brauchen. Oh, 90, ja, wieder wieder eins. Äh, Hiski war... Börder, wenn ich einen Greenscreen habe, wieder, dann folgt nicht. Vorher müsst ihr euch... ...ohne, bitte genügen. Weil das Problem ist, wie einfach... ...ich will da mir nicht aufräumen. Oh mein Gott. Da sind sie. Okay, komm mit. Kommt her. Und die schnappe ich mir jetzt. Meine Ballons. Meine Ballons. Hier ist aber kein... Äh, dachte nur, dass ihr werdet schon weiß, wann es mit... ...kommt. Erstmal kommt die Grafikkarte ran. Das dauert noch sehr... ... nur noch auf der Grafikkarte. Wie gesagt, erstmal die... ...ja, die Grafikkarte muss erstmal her. Das ist das wichtige Reiz, der Greenscreen. Ja, Gott, ich hab... ...ich wollte darauf klicken. Nicht auf die Karte. Da kommen sie, meine Leutchen. Hier. 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 Ich stecke sie da hin. Kommt... Seltsamerweise greifen die... ...gefühlt immer nur von... ...ne, von der Seite aus hier an. Das hab ich schon sehr oft mitbekommen. Und der eine Ball... Komm, mit. Danke. Ich wollte gerade sagen, da ist gar keiner drunter, aber das ist ja, der holt ja Sachen. Holz. Das ist die Antwort, die ich gesucht habe. Ich könnte von hier, oh, da ist hier viel Holz. Ihr holt mal Holz. Da hängen. Ach so, können die... Gott, da können die sich abschießen. Und tot ist er. Absolut kein Problem. Da rein, da rein. Warte, den Luftballon da unten muss ich noch holen. Langsamer werden die ganzen Sachen hier voll. Komm. Äh, ja, bei mir alles... Alles okay soweit. Hallo? Aber kann ich mich ja dem jetzt nicht beklagen. Wie geht's jeder mittlerweile? Ich hab's ja gelesen, was du auf Discord geschrieben hast. Jetzt haben zwar nicht alle... Das ist jetzt jede Menge Holz, was ich hier geholt habe. Oh, manchmal kann ich das machen. So, nochmal das da. Börner geht's immer so bien. Den brauchst du gar nicht fragen eigentlich. Ich... Ah... Nee, du musst einmal runter. Einer da rein. Einer da rein. Ich bin jetzt beide hier hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Passt schon. Äh, zur Seite nach 8. Bei mir mal geht's... Gut, mal nicht. Von der... Ich krieg den jetzt Blutabgen... Oh... Ja, ich versteh's. Mit der Zeit... Ich kann nur sagen, entweder man gewöhnt sich daran oder... Man lernt damit zu leben. Eins von beidem. Keine... Boah, scheiße. Es ist in jedem Fall... Ah, da ist keiner drin. Eins, zwei, drei. Da rein. Ja, das dauert, bis man sich daran gewöhnt hat oder so. Oder bis irgendwas hilft. Ihr kennt das seit... Oh Gott. Ihr kennt das seit jetzt. Ja, seit ein paar Jahrzehnten kenne ich das. Also mittlerweile schon echt lange. Versuch doch nicht der... Idiot. Ah, okay. Friedlich jetzt. Wie viel können wir mittlerweile haben? 127. Hier unten. Versuch das Holz zu nehmen und dann irgendwo hinzugehen. Keine Ahnung, was du jetzt versucht hast. Äh? Einfach da hin? What the fuck? Ja, an sich geht's echt gut. Das ist super. Zwei da rein. Zwei da rein, zwei da rein. Na, so langsam kommt hier Holz an. Und nur langsam. Nicht schnell. Ah, der kommt schon wieder zu. Ach, deswegen, weil die... Ah, die gehen so nördlich. Ich verstehe. Ja, ja, Spion. Ist in Ordnung. Und zack, ich schau mal an den Schulte weg. Ah, schön, dass wir es immer wieder versuchen. Nope, kommt hier nicht rein. Ganz dickes Nope. War ab ins Haus. Völkert. Sind alle voll? Das ist super. Ich glaube, mehr jetzt. Das brauche ich dann auch nicht. Äh, bin mal oft müde. Morgens schlaf. Oh, ja. Das heißt, komm damit er einherkommt. Was? Oh Gott, eine Wespe. Wie komm... Oh. Das ist natürlich bitter dann. Mein Kater wurde auch schon von einer Bienen oder von einer Wespe gestochen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich versuche die Dinger aber natürlich auch zu jagen. Äh... Geh mal runter. Geh auch mal runter. Gönnt euch mal. Da rein. Und da rein. Ja, das hat sie auch gemacht. Aber zum Glück habe ich die Wespe schnell wieder rausbekommen. Oh. Ich glaube, ich hätte sie getötet. Weil ich diese Viecher hasse. Und mehr Angst hätte sie, die Wespe rauszubekommen, als zu töten. Zwei da rein. Los, rein da. Oh, der... Okay, der Feuerkrieger war hier defekt. Okay. Äh, soll dir keiner... Äh, soll dir keiner wegen sowas ans Bein pisst? Warum sollte mir... Warum sollte mir deswegen jemand ans Bein pissen? Warum? Wo, 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 wo? Hui. Oh, deswegen hasse ich Spione. So sehr. Ja. Kam einfach aus der Richtung. Okay. Wespe... Ja. Gut, aber jetzt wegen einer Wispe. Kommt eh keiner mit. Ich habe schon ein ganzes Wespennest... Äh... Ja, gekillt. War auch nicht weiter wild. Und die ewigsten dieser... Ja, hör drauf. Rein da einfach. Wespen sind oder Naturschutz? Sind das nicht nur Bienen? Mit wann sind Wespen oder Naturschutz? Eigentlich. Auch das erste Mal, dass ich jetzt davon höre. Hm. Auch schon länger. Okay, ja gut. Dann habe ich das nie mitbekommen. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Tschüss. Ja. Ja. Ah, bei dem nicht so selten erkannt ist eine Straffung. Okay, what the fuck? Wie gesagt, hat so oder so keiner mitbekommen, deswegen. Deswegen habe ich damit jetzt nie ein Problem gehabt. Meine Wesse doch darauf achten. Das ist ein bisschen größter als die ganzen Häuser. Fertig sein. Oh mein Gott, Nightbot hast du mich gerade erschreckt. Mit dem Emote. Deswegen. Oh. Ah. Ah. Nein, da. Nein, da. Hi, Grazi. Hallo, das Game sieht immer alt aus. Das ist eigentlich. Es ist von 1998. Es geht doch da rein. What the fuck? Wespen auch früher, Kinder. Mittlerweile sind die mir egal geworden. Ich habe einfach nur Angst vor denen. Ich hasse Wespen. Ja, das Geräusch. Wespen an sich sind mir egal, aber das Geräusch. Ich hasse es einfach. Da kommt das Holz. Ja. Ich will hier ein einzigen Spion. Obwohl. Ah. Ich habe hier auch noch einen Spion. Einfach um die Spione zu entdecken. Er hätte das gedacht. Ich will von hier vorne kommen. Obwohl, wenn ich hier auch noch einen Spion hinpacke. Soll das eigentlich passen. So heute. Der Ton liegt immer aufs Seite. Eins. Zwei. Drei. Da. Es wird. Zu Feuerkriegern. Ja. So. Du nach vorne. Ja. Ach. Deswegen. Ah. Ja. Die finden hier kein Holz. Okay. Holt das. Und geht da hin. Das ist drei Holz. Reicht. Locker. Oh. 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 Oh, wo bist du? Jetzt kommst du rein. Wahrscheinlich, weil der Luftballon im Weg war. Komm mal her. Rein. 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 Noch einer. Noch einer. Und du da rein. Cool. Das müsste jetzt alle ausgebaut sein, ne? Wann nicht alle bewohnt, ne? Ach, da geht er rein. Stimmt. Fünf, 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 fünf. Alle super. Okay. Ja, okay, du stirbst einfach. Ah, genau. Wie viel brauche ich? Fünf. Verleidigung sollte gut genug sein. Es ist so seltsam. Die Wegfindung manchmal. Einen gehen hoch, die anderen komplett in die andere Richtung. Da denkt man sich so, what the fuck, aber... Es ist einfach auf der anderen Seite. Von hier. Gehen sie einfach auf der anderen Seite. Das ist schon... Ah, immer wieder verwirrend. Na dann. Jetzt müsste der Vulkan sein. Nope. War eine Frage. Haben die Ballons eine höhere Reichweite oder die... Bei den Ballons sieht man das gar nicht. Aber die Feuerkrieger haben schon eine hohe Reichweite. Ist die Frage. Der blaue Kreis. Von dem Wachto. Ich glaube, das ist immer nur dieses, äh... Alarmgebergeräusch. Der blaue, ne... Die Linie dann ja mal außen rum ist. Das ist die Feuerreichweite von Feuerkriegern. Aber wie hoch die Reichweite das von den Spionen ist, habe ich... Zum Entdecken der andere Spion. Das ist eine gute Frage. Hallo? Da rein? Hallo? Ah, so. Ihr da rein. Hier, da rein. Wir einfach eine größere Verteidigungslinie haben. Und von der Seite wird höchstwahrscheinlich nie was passieren, aber... Äh... Wird nichts passieren. Wahrscheinlich. Ist gleich fertig. Ah. Super. Ne, doch... Ein Feuerring nur? Wo zum Geier ist denn der Vulkan? Die haben keinen Kopf. Das ist nicht der Vulkan. Das ist soweit ich weiß, nur einfach nur Erdbeben. Das da oben war das, äh... Ne? Magisches Schild. Was ist denn der Vulkan? What the fuck? Das verwirrt mich jetzt. Oh, diese scheiß Insekten immer. Ja, gehen jetzt rein und jetzt rennt die Ritte raus. Das wird ja nicht sein, aber... Ah... Das wird ja nicht sein, aber... ich hier geben würde. Aber ich seh keinen. Der Kopf ist weg. Sieht hier jetzt noch irgendwo einen Kopf außer den und den? Seh nämlich keinen. Das ist jetzt verwirrend. Ich glaube, das habe ich mich damals schon immer gefragt. Ah, hier gibt es ja nur das Luftshifting, was ich niemals bauen werde. Das ist einfach nur verdammt. Das ist so ein großes Gebäude. Das ist größer als die Feuerkriegerhütte. Also wenn da jetzt doch ein Vulkan rauskommt, dann bin ich aber jetzt behaftet. Der magische Schild lässt Zaubersprüche abprallen und auch von Feuerkriegern die Bälle. Die auch als Feuerbeizeln. Deswegen, wenn man damit einmal kurz reingeht. Was ich niemals machen werde, irgendwie. Das einzige, was ich jetzt mache. Können wir jetzt am Anfang relativ gut das Clearen. So, jetzt kommen wir mal rüber. Das ist doch ein Spaß. Na, guck. Muss auch passen, wenn die aufhören, nach dem Schild zu haben. Da rein. Dann habe ich was ganz lustiges jetzt gleich vor. Es ist, es ist schon echt mies. Das rein da und dahin. Ah. Wenn die nicht aufhören, äh, hypnotisiert zu sein. Die bleiben nicht im Ballon drin stecken. Der Ballon gehört hier und schmiert, bis er dem Gegner sagt, ich geh da rein. Jetzt hört es langsam auf. Halt eben. Zack. Wir sind rausgesprungen. Ah, so mies. So. Nein. Kriegerhütter weg. Feuerkriegerhütter. Das sind die einzigen, die gefährlich werden können. Abgesehen von der Schamane. Obwohl wir hier kommen, kriegt ein Feuerregen. Dass die Hütte nicht getroffen wird. Ah, jetzt. Lachai. 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 Ich habe Angst dass irgendwo ein Feuerkrieger drin ist, aber... Irgendwie gehen die gerade alle nach oben. Das Sandstag. nach. nach. von a von a von d von 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 Ist doch ein Vulkan. Leck mich da am... Hier, kriegst du einen Vulkan. Haratanga, äh, Tanka. Da flog die weg. Ah, schön. Ach, Vulkane. Äh, da unten ist die Hütte noch ganz. Gleich nicht mehr. Keine Hütte ist jetzt mal von den Gans. Das letzte Überleben sind jetzt die, die hier herumstehen. Wandern, was auch mal. Und die kommt nicht runter dort. Das wäre dann Schande, wenn die den Wirbel schon mal kriegen würde, oder? Dann nochmal. Zweiten Flug. Längeren. Sehr schön. 40 Minuten. Oh, so sehr man noch Spaß mit dieser Mission haben kann, so sehr wird man diese Mission als... Oh Gott, ich hasse sie. Äh, der Anfang ist einer der schwersten, die ich... ...kenne. Ich weiß noch, was du trinken, entfüllen. Ich hab'n Durst, dankeschön. Angriff von allen Seiten. Hab' ich schon gespeichert? Ich speichere nochmal. In meiner Vision, mit meiner Vision habe ich den Todesengel gesehen. Ich muss ihn finden und gegen meine Gegner einsetzen. Eine sofort herausforderndere Map. Weil man hier echt wenig Platz hatte am Anfang. Und hier ist ein Gegner. Da ist ein Gegner und da oben ist ein Gegner. Ja, wir sind jetzt wirklich... ...ein Singlet. So, und ich will sofort hoch. So schnell wie's geht. Wirklich so schnell wie's geht. Und zwar bauen und Priester ausbilden. Geht rein. Hallo? Rein da. Ah, ist gleich fertig, das ist super. Da kommt noch ein bisschen, danke. Oh, scheiße. Weil die so schnell wie möglich auszulöschen, ist halt eben... Na, das erleichtert's so hart. Ja, das Problem ist nur... ...das ist so schön Donner gegen China. Und wenn sie trifft, hab' ich dann ein bisschen Arschkater. Weil sie setzt einen Zauber ein, der... Verdammt. Das gegen mich ein bisschen schwächer macht. Los rein da. Muss ich kurz warten, bis meine Schaumann wieder spawnt. Weil ich hab' schon gut ausgelöscht. So, wenn sie zu da... Es geht auch weg da. Es geht auch weg da. Anuta ist wieder weg da. Ah, das ist das kleine Problem Die darf keine Priester haben Und hoffen, dass die nichts macht Versucht nämlich immer meine Schamane zu treffen Das heißt, wenn ich jetzt... Oh, super Oh, 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 oh Ja Das muss ich nur auf die Seite achten, weil... Rot Ja Ja, das meine ich Ah, ich brauche unbedingt Krieger Und Gabe dann das erste Mal ankommt Oh Gott, wo fliegt die denn denn? Sehr schön Das heißt, hier oben kann ich jetzt ruhig meine Basis bauen Oh Gott, sind hier viele Holy shit Jetzt kann ich mich drum kümmern, indem meine Bevölkerung hochzupuschen Äh, so Eins, zwei Kann ich nicht bauen So, wieder rot Oh Gott Oh Gott, die will ich haben Oh Gott, die will ich haben Landebenen Das ist Auch was So Guck da Genau wegen diesen scheiß Priester und so alles Ich hätte so eine Arschkarte Hilfe mit Ich glaube nämlich da ist der Todesengel Rein da Rein da Rein da Zack Todesengel Da werden wir einfach hier oben stehen Das ist super Warte mal Wenn ich das Aha Kleines Problem Die halten nämlich ultra mehr aus Den Krieger kommt mal hoch Ah ne Okay Gegen physischen Schaden halten sie genauso viel aus wie vorher Ah 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 Gott Oh ne Spionitter Und dann für diese Arschgeigen. Ach, geht nicht mehr auf den Senkel. Guck mal, was da wieder ankommt. Hallo? Immer gar nicht. Ja, ich weiß, dass mein Mana grad voll ist. Aber ist in Ordnung. Äh. So, Blitz. Äh, ist immer noch kein toller Boden. Nicht bebaubare Boden. Oh, die wurden, oh, die wurden dann hochgehoben. Nett. Was? Meine Stimme versagt grad ein bisschen. Sorry. Ah. Ach, schon wieder? Ja. 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 Wäre auch seltsam, wenn es ein Problem wäre. Es ist immer meine Stimme. Ihr müsst sie ertragen. Äh. Äh. Dann. Den. Den. Oh, China. Ja, komm, direkt da hin. Warte mal. Warte mal. Müsste jetzt eigentlich so gut wie keine. Oh mein Gott, da oben. Okay. Das ist auch letzte Nacht, letzte Zeit immer wieder. Ja, wenn man halt eben viel redet oder halt eben in letzter Zeit ein paar Stimmen hatte, die halt eben anstrengend sind zu sprechen. Ahaha. Edwin und Wolfgang aus Pokémon. Ne, wie die Stimme halt eben war da nicht mal so ganz. Ja. Oh,ét. Ach so. War äh. Äh, eins, zwei, drei. Langsam wird es doch mit den ganzen Mana. Oh, das Holz fehlt einem massiv. Könnte das Holz... Komm mal her, hol... Oh mein Gott. Mach mal was dagegen. Deine Brise, falls Wasser geschleudert. Ah, ich liebe, wenn das passiert. Es ist immer wieder toll. Holt jemand da raus. Ja. Ich könnte... Oh mein Gott, guck mal was da ankommt. Hatte Rot überhaupt... Rot hatte keine Feuerkrieger, ne? Oh mein Gott. Also Rot hat echt Arschkarte, wenn ich mit... Einfach mit Lufteinheit ankomme. Los rein da. Ja, jetzt sind doch die Hütten wieder besitzt. Bevor die Hütte da unten komplett... Mit Ordnung ist, wenn die leer bleibt. Oh, da ist das doch... Holz. 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 STREs. Und zu viele... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Und zurück. 1, 2, 3, 4 und zurück Was ist das überhaupt? 6, da müssten 6 wahrscheinlich hier im Meteorregen oder Feuerregen, je nachdem. Weg mit dir. Ich will den Todesengel hier nicht benutzen. Ah, guck mal, ach nee, da gibt es den Meteorregen, ah. Ah, ich hab drauf, nur nicht. Gute Kuh. Komm, rein da. Ah, ihr 5. Mal dort rein jetzt. Wo die jetzt auch nicht mehr sich lohnen zu bauen, wenn ich die jetzt eh fertig mache. Ach, da oben. Ah, gut. Wohnt sich die eigentlich auch nicht mal. Wohnt sich so viel. Viel nicht mehr dann. Ah, es ist doof. Weg mit dir. Weg damit. Weg damit. Und schön, dass die wollen halt eben, ne, dahin, aber können sie ja nicht. Bin ein bisschen im Weg. Ah, nur ein bisschen. Sogar. Oh, da sind das viele. Abreißen, abreißen, abreißen. Ganze Holz kann ich jetzt wieder rausholen. Krass. Die, die gibt mir einfach nicht mehr viel Mana. Weg mit euch. Sind ein paar. Ja, gut. Mach es so. Ach so klar. Oh mein Gott. Wie viel reißen die denn ab? Drei Wirbelstimme. Holy shit. Oh mein Gott. Alter. Und da kommen jetzt natürlich noch Feuerkrieger. Au. Sag ich dazu nur. Einfach nur au. Oh, guck mal. Da war sogar ein Spion mit dabei. Der ist tot. Das ist super. Gott. Ich habe doch auf, da oben alles neu zu bauen. Ja, jetzt wollen sie alle zu mir. So, ich kann jetzt mir. Och. Rächt doch nicht aus. Meiner. Sehr schön. So, aber ich brauche auch noch. Riechst an den Dingern drin. Ja. Lass dich mal ausbilden. Umbilden. Sagen wir mal umbilden. Eins, zwei, vier, fünf. Die Hütte mal wieder besetzen. Wieder. Da rein. Da rein. Die unbedingt die Hüfterlongs haben. Oh mein Gott. Da oben. Da oben. Da oben. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben. Acht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da oben. Da oben. Schon wieder? Ah, die kommt da perfekt. Oh mein Gott. Ist das geil. Ich will keine Spione haben. Die sind ultra schwach. Oh mein Gott. Man sieht hier die Maus nicht. Äh. Kleines Problem. Uh. Gut, dass ich noch aus dem Müll rausgekommen bin. Hätte schief gehen können. Da. Das Haus besitzen. Das Haus. Das Haus. Das. Was versucht der? Sterben. Okay, ich verstehe schon. Da müssen auf jeden Fall drei Reihen. Und was will ich mit den ganzen Krieger, ne? Kann ich den nicht da reinsetzen? Nein. Oh. Lol. Das ist... Ja gut. Dann... Halt die mir die Boote. Ich bin alle voll. Außer der. Ein bisschen nach unten rein. Hallo. Hallo. Sollte ich da jetzt meine Ruhe haben? Du bist nicht voll. Du bist voll. Du bist voll. Eins, zwei, drei, vier. Rein da. Rein. Warum schon wieder? Wahrscheinlich, weil sie die Hütte da rein wollen oder irgendeine Hütte nicht rein konnten dann. Deren Wegfindung hat dem... Was er nicht erlaubt hat. Was er nicht erlaubt hat. Das ist... Das ist... Ne egal. Das ist... Weg. Du musst weg Wo ist er denn jetzt? Da, unten So weit weg Unterstütz mal ein bisschen Nein, keine Priester Da oben, das muss weg Keine Feuerkrieger vor euch Daneben Ja, ist die tot oder? Komm mal, hapa, hapa Hier geht, äh, bevorzugt auf die Schamanen Was gibt's hier oben? Ah, da gibt's das magische Schild, okay Komm Das ist einfach, einfach mies Cool Ah, wie gesagt, und der Anfang der Mission ist eigentlich relativ Aber danach geht's Und scheiß auf die Krifte, die würde ich mal fallen haben Aber wir kriegen das sowieso Von daher Oh nein Oh, nicht die Mission Die Terkini haben mich im magischen Kerk eingesperrt Und ich kann nicht entkommen Ich muss meiner Anhänger befehlen, mich zu befreien Oder wir sind alle verloren Erstmal alle Dorfbewohner Holz Das Wichtigste Bomberboote Vorzugt Keine Flammeneinheiten Einfach da hinablegen So Nein, da wieder Sechs Boote, machen wir sechs Boote Ich bin jetzt bei vier Fünf Das ist jetzt nochmal sechs Wir machen zehn Priester und Äh, 20 Krieger, würde ich sagen Neun Zehn Zwei Boote voll mit Priestern und vier Boote voll mit Kriegern Sollte schief gehen Äh Das muss ich deaktivieren Sonst dauert die Ausbildung zu lange Das proben wir, dass die Ausbildung jetzt echt lange dauert Doch paar Vollkrieger, komm Machen wir fünf Stück Das ist jetzt vier dröhnen, das ist fünf Zwei noch da rein Ich weiß nicht, warum man Spion ausbilden sollte hier Macht so absolut keinen Sinn Ja, ist mir egal, dass wir es nicht machen könnten, theoretisch Oh, ich hasse einfach diese Zeitmission Aber ich bin ja sehr effektiv dabei Sehr effektiv Jetzt können weiter an die Zauber gemacht werden Das ist jetzt egal Nein Jetzt Musst du hier vorne Ecken Kommt da raus Was ist der? Mit dem Du auch weg Oh, ist das schaffen Sieht gut aus Vielleicht müssen zu viele Priester, aber lieber zu viele Priester zu weniger als in diesem Falle Sie ist befreit Ja Danke Jetzt kann ich sie auch kontrollieren Ich weiß nicht, warum die sich schon freuen, aber alle anderen nicht Ich bin jetzt bete dran Und hallo Valkan Wäre doch eine Schande, wenn man dich hier irgendwo hin platzieren würde, oder? Wie wäre es denn da hin? Wie wäre es denn da hin? Übrigens, als man das bekommen hat, sind doch die oben die Türme jetzt weg Und hallo ich bin Oh Ich kenne, was der vorhatte. Dankeschön. Oh mein Gott. Sogar fast genau in der Zeit, in der ich maximal Zeit gehabt hätte. Oh ja, jetzt kommen wir zu den vier Sonnensystemen. Viele Planeten, sorry. Das ist ein einziges Sonnensystem hier. Blutrünstig. Könnte ich schon machen. Allerdings will ich der mittlere Boden mir bis zum Schluss aufheben. Das ist mit Abstand die geilste Mission. Und ich liebe sie. Von daher erstmal nicht. Die schlimmste Mission. Ich persönlich... Das ist jetzt die zweite Mission mit Neben des Kriegers. Ich habe den nur durch etwas abgeschwächt. Weil durch die Multiverse gab es seitdem zwei Mords, die den Nibel des Krieges etwas schlimmer gemacht haben, als er ist. Ah. Die Dakenie sind der mächtigste Stamm, der sich gegen uns stellt. Ich habe die Befürchtung, dass wir sie stoppen müssen, bevor sie einen furchtbaren Zauber gegen uns aussprechen. Und hi Cupcake. Wir kommen zurück bei Zucker und so alles. Ah, was zu trinken mache ich gleich. Ich danke. Ich glaube, Rot könnte man hier beim besten Weh noch nicht auslösen am Anfang. Die sind schon so stark. Das ist abartig. Warum sind die denn kaum... Meine Fresse, die sind kaum wilder. Das geht aber gar nicht. Ich freue mich, wie wenig Platz man hier hat. Und hier unten schon der nächste Gegner. Bist du wieder auf Suchender Zucker an dem Tacker? Ja. Ja. Ah. So, du da rein. Da rein. Hier auf der Seite nichts haben, weil... Obwohl zur Erkundung schon... Komm. Und jetzt versuchen hier nach unten zu laufen einfach. Einfach wegen Erkundung. Wäre doch mal was. Normalerweise sind an diesem See extrem viele, aber jetzt sind da ultra wenige gerade nur. Das wundert mich schon ein bisschen. Und das Schlimmste ist einfach... Der hier. Ja, genau deswegen. Die sollten einfach nur erkunden. Das ist vollkommen in Ordnung, dass sie jetzt sterben. Ah, jetzt ist das hier alles... Alles, in Anführungszeichen, erkundet. Also ich will ich... Ich will hier hoch nach oben bauen. Allein wegen dem Holz. Das ist gut. Hier will ich nicht hinbauen, weil hier Bäume wachsen. Oh, sehr unverteidhaft, dass beiden drei jetzt drin sind. Und vor allem auch, um mehr... Bauplatz zu kriegen, wenn ich nach oben baue. Weil soweit ich weiß, ist hier nämlich... Kein... Ja, aber die erkunden jetzt, ne? Die Patrouille. Das ist in dem Kacke. Aber trotzdem, allein für das Holz lohnt sich das. Lohnt sich das schon. Ah, so. Eine Brücke reicht komplett. Das sind natürlich Leute, aber es bringt mir natürlich nichts, sie zu holen, weil... Ja. Ihr patrouilliert dort. Ja, Rot ist einfach so dezent. Stark schon am Anfang. Wenn die anderen beiden halt eben... Naja, nicht wirklich irgendwas können. Hier unten ist... Grün, glaube ich, und... Ich weiß gar nicht, wo Gelb ist. Hier. Ich glaube, hier ist Gelb. Ne, das ist Rot. Rot ist da... Ja, das ist Rot, ja. Und das müsste dann Gelb sein. Ah, Gelb hat keinen... Landweg. Ich glaube, Grün hat auch keinen Landweg, oder? Ne. Ja. Wir werden auf jeden Fall hier rüberkommen wollen, dann. Ja. Das Problem, was man so manche Missionen kennt, dass man ganz genau weiß, äh, was noch hinzukommt. Bauen. 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 Ach ne, das wird schon gerollt. Die andere da oben. Bauen. 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 Muss halt nur vorsichtig sein, dass man doch wohl noch nicht so weit nach rechts laufen soll ist. Bauen. Gut, dann werde ich auf jeden Fall nur Feuerkrieger reinsetzen, wenn ich dann... ... eine Feuerkriegerhütte gebaut habe. Bauen. 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 Ich habe einen Hafen gehört. Da ist ein Hafen. Dieses Dunen hört man echt gut. Oh mal. Sein da. Sehr gewagt ist da oben abzubauen Statt Für die Schlauheit mancher Aber da wollen wir nicht reden Ich will deinen Essbaum wegzunehmen Mein Essbaum Bitteschön Hab ich gerne gemacht Bitteschön 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 Problematisch. Ah, will ich. Komm. Baut. Zwei Wachtürme. In Ordnung. Guck, da ist ein Boot. Hier noch einen dritten Wachtturm. Ich bin Feuerkrieger. Einmal wegen der Reichweiter. Das ist noch... Dass das ganze Zeit so ruhig ist... Es ist... Das ist mehr Stress als würde irgendwie Action sein. Glaube ich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube ich werde auch keine Action haben. Dann würde ich mir den Frieden wieder wünschen. Hier ist doch über Holz. Was meckert ihr denn, dass ihr kein Holz habt? Oh, der ist gestorben. Ah, okay. Landmasse. Ja, genau das ist der Grund. Was für Arschgeigen. Ja, drauf damit. Ich kann jetzt hier mehr Hütten bauen. Weil ich weiß, dass hier kein Holz ursprünglich war, kann ich hier alles schön zubauen. Kaka. Hier wollte auch... Okay, du willst da runter. Das bringt natürlich rein gar nichts. Ach, hier ist der doch doof. Okay. Ist in Ordnung. Aber nur weil es nicht anders geht gerade. Ah, die Feuerkrieger kämpfen jetzt so schön raus. Das ist eine Boden jetzt in der Mitte. Ah, schön. Das bringt natürlich jetzt rein gar nichts. Ja, habt ihr meinen Taka gesehen? Ne. Natürlich haben die das nicht gemacht. Ich wollte aber noch eine etwas breitere Verteidigung dann. So, weg mit dem Boot. Das ist rot. Das ist nur Action zwischen grün und mir. Aber auch nur weil ich ja den Weg rüber gebaut habe. Nein Fui Oder mit dem Boot Ist nur das da Mit dem Boot ist mir das völlig egal jetzt Ich habe da sogar einen Vulkan Gelb Ok Ok dort Er war da vor knapp Den habe ich ignorieren können Fühlt sind gerade alle im Kampf Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Das sind eine Menge Mal oben Äh Was ist da Oh mein Gott Oh mein Gott Wie viele das sind Das ist halt eben echt echt gut Ich bin der Priester War mir wichtig Das Setzweck ist super Noch mehr Krieger für mich Dankeschön Ah Ach Hört doch auf Oh mein Gott Er darf die Hütte versuchen zu zerstören. Weg mit dir Priester. Nein Als ob ich jetzt so dämlich bin, wenn ich das genau da sehe Dass ich da auf den reinfalle Jetzt greift die doch mal an Ja, ein bisschen Arschkarte gegen die dann Natürlich greift die von dort an Nein, warte auf Oh mein Gott Verdammt Ja, hier gut Bisschen Arschkarte da unten Der muss weg Oh, was auch immer passiert ist Das ist was Gutes passiert Äh, Bister Da rein Und einer da rein Ich hab gesehen, dass du da reingehst Oh, das ist ein Spiel, um ich wusste es doch Nein Da unten Komm her Weg mit dir Nein, da Zauber, zauber, zauber Genau diesen Stress meinte ich Die beten Haben die irgendwas geändert, dass die nicht daran beten? Das wundert mich ja dem schon hart Also normalerweise beten die daran Und darum ist es auch ein erbitterter Kampf Also eigentlich, ne? Ja, wenn die das nicht wollen, dann werde ich mir dann gleich holen Also muss die Siedlung weiter ausgebaut werden Das muss unbedingt auch noch eine reine Feuerkriegerhütte werden Na oben Geht ja mal gar nicht Feuerkrieger, okay Zwei Ah, guck mal, jetzt haben sie hier Land hoch gemacht Okay Jetzt kommt doch Gelb auch mal zur Geltung Zur Gelbung Ah, okay Gelb greift auch immer wieder an mit Stimmt, da war ja was Seht ihr euch da oben? Oh, okay Ah, in die Hütten rein. Die müssen unbedingt ausgebaut werden. Wir wollen ein bisschen so unmittelbar besetzt werden. Hier will ich aufhe- Ah, da kann ich mal Vollkrieger. Einplatzieren. Da rein. Geht die mal auf das See feuern. Hier in die Richtung hab ich keine Verteidigung. Was? Ach, da unten. Lol. Unsichtbarer. Oh mein Gott. Vielleicht wird der dann lieber auch zu nem Priester. Ach, leck mich doch im Arsch. Oh, ein bisschen Stress nur wegen euch. Das muss doch irgendwann mal ausgebaut werden. Das ist wie die Häuser. Ah, du bist. Voll ausgebaut, das ist super. Oh, gut. Bisschen zu kurz gewartet. Egal. Das muss wieder aufgebaut werden. Ja. Wie fehlt überall Holz? Das ist das Problem. Ah. Was für eine Stressmission jetzt? Am Anfang so alles komplett ruhig. Und dann wum. Oh, komm, ich kann hier mehr Platz machen. Okay, irrelevant. 1, 2, 3. 4, 5. So ein verdammter Priester. Wir wollen das ausbauen. Oh, guck mal, der hat einen roten Spion drin. Ich könnte den natürlich auch schon enttarnen, aber was würde es mir bringen? Samt der Küste muss einfach beschützt werden von Feuerkriegern. Aha, jetzt sind sie schwimmen gegangen. Jetzt kommen sie von oben. Oh, ich habe meine Priester. Und der haut ab. Ah, schön. Oder auch nicht. Der wurde dann wundersinn. Ich lasse mich nicht von ihm bekannt. Das ist mir zu mainstream, da werden alle anderen schon bekehrt. Das muss immer noch ausgebaut werden. Hm. Ist ausgebaut, das ist super. Die beiden Hütten. Ah, ne, die Bodehütte. Oben. Ah, der Priester zurück. Das ist ein Wort, Priester zurück. Bekehr zurück. Bekehr zurück. Bekehr zurück. Ein Todeser. Ich sollte mal zwischensprechern, ne? Überall fehlt jetzt gerade Holz. Überall fehlt jetzt gerade Holz. Okay, das ist beständlich. Und holt die einfach alle Holz. Machen wir jetzt? Das ist ein Tod. Ähm. Wie? Okay. Und da ist nichts. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Oh Gott, jetzt fangen sie an zu bieten. Okay. Das will ich erst mal unterbinden. Sollte jetzt nicht mehr hier sein, weil... Oh, das ist nur für... Das dauert ewig, das zu... Ah, trotzdem. Kann man keine Abkürzung machen. Na, guck mal, wer der ist. Guck mal, wer der jetzt nicht mehr ist. Zurück. Da unten. Ah, toll. Das muss halt eben alles... Vergiss es. Oder, dass ich ihn gerade so noch gesehen habe. Lass mit Feuerklingern voll werden. Eins... Zwei... Eins... Zwei... Äh... Keine Priester mehr. Achso, weil die wieder drangegangen sind. Ja, die gehen jetzt da oft dran. Jetzt wird es langsam kritisch. Mehr Feuerkrieger bitte. Viel, 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 viel mehr Feuerkrieger. Und normale Krieger. Wenn die da unten normale Leute das noch weiterhin ausbauen. Na, Klecks? Was möchtest du? Du hast die ganze Nacht bei mir geschlafen. Hast genug Aufmerksamkeit bekommen. Deine givens die ganze Nacht. Geh. Um, da. Ja. 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 Hey! 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 Geh die Beister! Guckst du mich so doof an? Willst du doch schon wieder Aufmerksamkeit? Ich weiß was der will. Moment, ganz kurz. Ich speichere kurz mal vorher. Gibt jetzt mal was zu fressen. Das ist Hunger. Saguerreie Tag. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sehr schön. Aber ich muss jetzt kurz... Äh... Audio wieder. Oh Gott, ich hab so einen Drehbohm gerade. Holy shit. Komm, was die jetzt machen. Ich find das voll cool. Wenn es genug Einheiten sind, dann machen die so eine schöne Kette. Oh. Ihr seid schon nicht... Echt krasse Mission. Warte? Da war der Zauber. Und wir haben hier gebaut. Das ist halt eben alles weg jetzt, ne? Und jetzt kriegen wir die Mission. Und gleich den Verbündeter. Oh Gott, dass wir die Mission geschafft haben. Da weiß ich nicht. Ich will aber davon, was du essen hast und was nicht. Ich glaub, der hat mittlerweile fast aufgegessen. Oh, nur fast. Also, Klecks. Die Dakini sind für diese Welt zu mächtig geworden. Eine Allianz mit den Chumara erscheint mir nicht geheuer. Aber ich muss ihre Siedlung beschützen und die Dakini für immer ausschalten. Ja, man hat hier einen Verbündeten. Nicht der Gegner ist verbündet, sondern man selber hat... ...einen Verbündeten. ...einen Verbündeten. Das ist... ...ne? Oh, so, so. WTF? Ich hab jemanden... Okay. Nicht der Gegner. Wie der Millimeter außerhalb des Trinks war. Äh... ...sagt da oben hin. Komm schon. Lauf. Schneller. Hoch. Ka. 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 Tsunami. 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 Aber hier gibt's einen Zauber, den ich... ...absolut... Naja... Ich brauch ihn nicht. Ich werd ihn nicht benutzen. Sagen wir's mal so. Deswegen. Es ist ein okayer Zauber. Es ist ein Teleportationszauber, aber dem... ...bringt mir halt dem nichts. Kai. 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 Und das da bringt mir was. Ah, da freue ich sechs Leute. Ich gerade wenig. Ich... Wunderot. Eure... Eure eigene Hünden, bitte. Danke. Ich brauche zwei mal eine Brücke. Bei der Brücke kann ich hier rüber und von der Brücke raus kann ich hier zu meinen Freunden. Und die Freunde muss ich beschützen, weil die sind definitiv zu stark, zu massiv. Und ich kann die Hütten bauen, aber ich könnte den Weg sofort absperren damit. Ah, zack, zack. Das wird auch noch mal mit rüber. Je schneller wir das voll bekommen, desto mehr kann ich den Schaden. Vor allem wenn die jetzt schon angreifen wollen. Komm her, ich muss helfen. Ich könnte gegen die Kämpfe noch mal kommen. Ich habe meine Feuerbälle. Komm her. Komm mit mir, Bro. Komm her. Komm her. Taka. 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 Ilzwasser. Ja. Geil. Das ist super gelaufen. Huh. Das können sie jetzt verteidigen. Damit kommen die dann klar. Nur der Anfang ist seitdem immer so. Ah. Bisschen schwer zu verteidigen, sagen wir es mal so. Verteidigungsanlagen der Bundesgenossen zerbrochen, sie werden angegriffen. Ah, ne, keine Sorge. Guck mal. Wie die kriegen. Tata. Wenn sie einmal . Tata. 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 Lief aber schon. Ähm. Ne? Das mit der Feuerball war ... War top. Der war super. Äh. Das ist fast voll. Das ist so der normale, die könnten, nachdem den ersten Eingriff, die würden das alles hier praktisch zerstören und das hier wäre halt noch übrig. Im besten Fall oder im schlimmsten Fall. Und das ist halt eben etwas, was ich nicht riskieren wollte. Na komm, bete schneller. Nicht nur kriegen wir den Vulkan-Zauber, es entsteht ja auch gleich noch ein Vulkan. Und damit kann man seitdem so ein bisschen schon eine Zurückwerfung. Komm, helft mal. Jetzt greifen sie schon wieder an. Okay. Dass die kaum was macht, außer ein bisschen Insektenplage, das wundert mich gerade. Ja, wird schon. So jetzt klappt. Was ich glaube ich machen könnte, dass wir ein Team hier runter, das absenken, das absenken und dann wäre Gabe ja den komplett gesichert. Oder würde nichts mehr passieren. Aber ich glaube, die würden mit der Zeit auch Luftanlage bauen. Eine Luftanlage. Deshalb, weg mit euch. Komm, weg mit euch. Komm mal her. Der Atom hat einfach überlebt. Oh, das. Nein, da. Er würde dir... Würde ich das hier absenken komplett? Dann würden seitdem hier rüber gehen. Und das wäre noch unverlässiger. Ich senke das ab und dann senke ich das hier einmal ab, dass es halt dem vielleicht... ...nicht mehr ganz so einfach zu erreichen ist. Irgendwann wollte ich dem auch über die Serde angreifen. Irgendwann. 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 Wenn man die jetzt schon relativ fertig machen könnte. Aber dafür müsste ich erstmal selber eine Brücke rüber bauen. noch rein da. Ich hab 100 von dir Glauben, Glauben und Wissen Ah, genau die drei passen da rein Wir können ja nicht mal Wasser aus angreifen Er kommt doch her So, du kommst jetzt nahe Mastblitz drauf Blitz Zucker Und ihr? Macht das Das, was ihr am besten könnt Oh, 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 weg mit dir Oh, das müsste jetzt damit rot genieß gewesen sein Das ist schön, euch gekannt zu haben Haut ab Ah, dann kommt sie wieder an Die Frage, wo lang läuft sie? Läuft sie genau da lang? Aha So eine doofe Kuh Warum? Warum? Warum blieb das jetzt schief? Egal Ich müsste einfach nur einen Hain ausbilden Wie? um Verwur J Öz escol Der ! Use Ah, okay, das ist ein Priester. Unverlaubt. Das sind eh, ne? Das sind feindlich, von daher. Geht ruhig so abhauen. Nein. Oh mein Gott. Ah, das war nicht ganz so schlau von mir. Damit. Ah, das Haus da unten ist noch aktiv. Ist da jemand drinnen? Da ist jemand drinnen. Jetzt nicht mehr. Die Frage, ist da jemand drinnen? Nein, nein. Jetzt ist da jemand. Ich glaube, das sind die letzten. Nein, da ist noch, okay. Draußen sind noch welche. Hm, okay. Interessant. Hypnose werden sie dadurch nicht beeinflusst. Ja, kommt her. Wir haben es geschafft. Ungleiche Verbündete. Jetzt kommen wir zu. Unterbrochene Erde. Na, die zwei Planeten führen jetzt in unterbrochenen Erde. Ja. Komm, Mission 15. 18. 19. 21. Eigentlich ist aber so. Tup. Tup. Naja. Speichern wir. Zweiter Mission. Ah, ja. Es ist in Ordnung. Dies ist ein mysteriöses und feindliches Land. Ich kann viele Gefahren spüren, auf die wir treffen werden, bevor es zum Kampf mit den Takini kommen wird. Tsunama. die Mission können mich einfach mit den Bakken ziehen. Ja, die Mission könnte... ...hier etwas ziehen. Wollen wir uns um die Dinger kümmern. Tsunama. Ihr könnt ran. Die dieien und du es nach oben steigst. Hier gäbe es nämlich den Vulkan-Zauber. Und den will ich haben. Und hier ab und zu Blitzer. Ich meine, warum nicht? Gut gemacht, Schamanen. Der Zauber Landebenen hat die Kruft versiegelt und einen Ausbruch verhindert. Mit diesem Zauber können sie auch andere Kruften verschließen. Oh. Nein. Oh mein Gott, wie viel hat... Wieso hat er so viele bekehrt auch immer? Oh, Löwens, ich komme jetzt hier nicht rüber, deswegen... Zack. Okay, das war wahrscheinlich ein Krieger. Das war... Ein bisschen doof. Nur ein bisschen. Ja, hier ist noch so ein Vulkan. Das dann halt eben, ne? Warte, ich kann mir den relativ schnell holen. Nichts, was nicht ein zweiter Versuch regeln könnte. Kann. Irgendwo bricht jetzt ein Vulkan aus. Oder die Bärde bebt ab und zu einfach immer nur so. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich zeige mir die Prüster. 1, 2 und ab. Ja, ich glaube, der bricht dir nicht hier aus. Das ist ja wohl unvertraut werden. Das ist aber freundlich, dass du mir den Luftballon da lässt. Jetzt stirbt er da drin. Okay, dem nicht. Das ist in Ordnung. Ah, die Hütte. Die Hütte. Ach, scheiße ist es genommen. Nein, da geht es aber hin. Ah, der wucht. Okay, dann kriege ich das. Da muss ich aber nicht allzu viel Schaden machen, weil der größte Zerlix ist. Alter, wie viel ist das denn? Okay. Den Rest können wir sie ignorieren dann. Gut. Ein paar Stunden. Äh, da oben. Aber okay, keine Sau ist. Okay, diesmal warte ich. Ich glaube, das bringt rein gar nichts hier, dem so zu reparieren. Ich werde sie nicht schneller wieder bebaubar. Kommt. 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 Hey, ich hätte jetzt immer einen Blitz. Soll ich es nochmal versuchen? Nein. Okay, diesmal nicht. Ah, der Gegner ist... Direkt um die Ecke. Die haben scheiß Luftballone. Luftballons. Luftschiffe. So heißen die hier. Kommt. 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 Ich habe theoretisch einen... Höhenvorteil, wenn die zu mir wollen. Theoretisch. Kommt. 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 Feuer, Krieger und Priester, wie es hat. Naja, ich habe es nicht gesagt, aber jetzt habe ich es gesagt. So wie ich meistens baue. Ja, bis ich die mal kriege. Es dauert etwas. Na, Erde weht, aber es passiert nichts. Es wäre so mies, wenn dann immer wieder Gebäude... Na, guck mal. Puffe verlieren würden. Nein. Nein. Nope. Hör auf. Okay, doch. Tut ja doch. Könnte schmerzhaft werden. Gut abgewehrt. Das ist blöd, dass man erkennt nicht, ob der Bohne wieder bebaubar ist oder nicht. Das ist sehr schwer erkennbar. Woll, alles herum. So rum, so rum. Na, nichts mehr zu trinken drin. Jetzt ist er endlich tot. Ich muss jetzt mal entscheiden, wo es hin möchte. Und nach unten. Äh. 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 Möchte ich das so... ...haben? Komm. Möchte ich. Kai, Kai. Stell mal her vor mir, Leute. Oder was war das jetzt? Kai, Kai. Ne, ich glaube, das kann ich nicht so bauen. Oh, da bildet sich ein neuer Vulkan. Irgendwann ist es auf Stufe 5. Äh, Stufe 3. Stufe 5. Und gleich ersekt den Schwarm, bitte. Kai. Ich kann zwar von dem Schild Kai direkt anzaubern. Aber indirekt ist das immer noch möglich. Ja, ja. Ja, ist mir egal. Mann, was soll er machen? Ein bisschen Land auffüllen. Und das war es dann auch schon wieder. Und dann machen wir Land. Kann man sich natürlich wieder überall Holz... Weil auf dieser Welt ein bisschen Holzmangel ist. Ah, ich verstehe gar nicht, warum. Holzmangel hier. Pfff. Mit der Hütte muss ich aufpassen. Ein paar Feuerkriege, bitte. Danke. Ah, schade. Ja, und? Hätte ich mich dahin gestellt und... Na ja. Hätte ich schlau machen können. Guck mal, wer da kommt. Guck mal, wer da nicht mehr kommt. Ey. Stirb. Stirb. Alter. Danke. Die halten... Warum halten die gerade so viel aus? Ich wollte nicht sterben. Ich verstehe schon. Sondern sollte es jetzt... Noch ein bisschen. Ah, guck mal. Hier können sie auch wieder... ...bauen. Ich warte ja noch darauf, dass die mit... Luftschiffen ankommen. Was zu trinken? Nein, ich will. Nein. Ich will. Ein bisschen überfüllt. Bäh. Oh. Zopper voll. Äh. Hypnose. Jetzt kann ich hier hin. Jetzt kann ich das... Jetzt kann ich das locker versuchen. Ich habe das Mana. Ich habe die Zauber. Ich habe die Macht. Hoffentlich. Hm. Ich gehe da hin. Mache mir den Zauber darüber. Oh, es sollte schneller gehen. Ich habe die Reichweite. Die ganze Zeit. Okay. 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 Weg damit. Damit. Kommt her. Mal das kaputt. Bist in die Grundfesten. Glück kriegst du gar die Feuerkrieger. Lol. Ja, tatsächlich. Einen. Sokka. Nocturn. Oh, danke. Oh mein Gott. Ey. Rein da. Verdammt. Egal. Ich habe mir das gesichert, was ich sichern wollte. Eigentlich nicht, aber es passt schon. Was sie jetzt machen wollen. Oh. Oh, jetzt aber. Jetzt er nochmal ein Vulkan in der Nähe ausbricht, das ist sehr unwahrscheinlich. Nice. Danke. Ey Das ist meiner Das ist meiner Das muss auch irgendwann mal fertig ausgebaut sein Das ist die beiden sterben Oh mein Gott was kommt da denn an Okay Oh gut die hauen wieder ab Hier ein Vulkan ausbrechen würde Einfach bei hier oder so Ach wäre doch eine Schande Wenn wir einen Vulkan kriegen könnten oder Was für eine Schande das doch wäre In 50 Jahren oder so Was sind denn jetzt alle? Da unten Ich frage mich immer Wie die das denn kriegen Dass die da Beten Ah Komm mal Zack gut trat Ah Merk Feuerkrieger. Zeig mal durch. So, Kämpfer gegen die, viel Spaß. Pizza zählt nicht. Lass die die Hütte nicht angreifen, das irritiert mich schon. Ah, guck mal. Dadurch, dass die Feuerkriege da drin sind. Soll ich es mit denen schon taffen können? Leicht. Los komm, rein da. Danke. Das Problem ist nur der Turm. Wir sind zur Seite. Wir sind hoch. Dann der Turm. Da ist noch ein Typ hier drin. Okay. Wäre doch eine Schande, wenn jetzt hier wohl keiner stehen würde, oder? Ah. Bin mir gar nicht so sicher warum. Und es braucht sehr lange zum Aufladen. Auch wenn es vier Minuten zu spät ist. Tut mir leid, Burner. Ich war gerade ein bisschen gefangen vom Spiel. Und ja, ich weiß, kein Problem. Loll. Wie du es auch genau geschrieben hast. Können die, können die, können die irgendwann geupgradet werden? Du weißt ja, ich bin da zuhörter. Okay. Ja. Das ist halt irgendein Zauber, den ich hier schon hab. Das würde mir nichts bringen. Da kommen wir mit. Da. Ich komm mal hier hin, einfach nur zur Verteidigung. Überall fehlt Holz. Überall. Klauen sich das alle untereinander, ne? Oh, warte mal. Äh. Ganz. Ganz. Ein bisschen mehr Holz. Hier war, ist gerade ein Baum gewachsen. Sag, haben sie es geschnappt. Da ist auch ein Baum. Wer ist zuerst da? Du? Scheint so. Jetzt zuerst kommt man zuerst, ne? Guck mal. Bei uns sieht es zur zweiten Stufe aus. Kai. Ah, bin in Space Engineer gerade eh nur am Uran holen und zur Space Station bringen. Äh, viel Spaß. Boah, ich könnte auch mal wieder Satisfactory weiterspielen, ne? Äh, ich muss mein Kabel mal ein bisschen... anengen wieder. Moment. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ob das direkt am Mikrofon arm ist. Ne, sollte man nicht hören. Dankbar, das ist halt echt nicht eine Riesen-Extion. Äh. Kann ich mir vorstellen. Ich war gerade vermuten. Dieser rote Fleck, der muss weg. Äh. Bäm. Bitteschön. Oh komm, wenn ich das hier absenke, dann würde die Schamane nie wieder hier rauskommen. Das wäre doch... Das wäre doch mies, wenn das passieren würde. Zwinker, Zwinker. Zwinker, Zwinker. So, noch ein bisschen. Langsam bauen sie die Häuserle aus. Ja, genau deswegen. Genau deswegen habe ich die hier. Äh. So. So. Jo, um Holz von dort. Nach da. Und zack, geht mir die Schamane nie wieder auf den Senkel. Laniatu. 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 Ka. Ka. Ich will hier noch einmal absenken. Öffne sich jetzt halber. Oder? Ja, perfekt. Ka. Shoka. Nein, hör auf. So. 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 Bitte da rein hinkriegen. Komm schon. Komm schon. Danke. Auf und setz Todes. Ist mir egal. Tag. Ich habe gehört, sie haben Zerstörung bestellt. Was sie vorher kriege, oder? Guck mal, was da ist. Die Frage. Kriegst du das hin? Ja, perfekt. Deine Hanuta ist wieder da. Äh, da. Nein, da. Nein, da. Okay, ich mache das mit den jetzt zu Ende. Äh, okay. Oder auch nicht da lang. Da hin. Sollte daran vorbeigehen. Man sieht von denen natürlich nicht die Reichweite. Wäre so auch irgendwie unfair. Ich weiß nicht, wie der eine da reingekommen ist, aber ignorieren wir es einfach mal. Nee, raus da. Oh. Tut dem schon irgendwie leid. Jetzt wollen die halt eben alle da hin. Jetzt bleibe ich jetzt auf euch stehen. Nein, die können ihr nichts ausrichten. Außer eine Höhe Reichweite zu haben. Alter, what the fuck? Das ist auch noch weg. Alles, was potenziell irgendwas herstellen kann. Also, beinhalten kann. Wir sind tot, oder? Ja. Komm schon, ich will meinen Vulkan machen. Ganz knapp, ist gleich fertig. Komm schon. Danke. Wird das hier unten zerstört. Und das denn? Ja, das ist jetzt nicht... Okay, das nicht. Ist tot ne Höhe. Nein. Es ist einfach mit nein. Hier wollen sie auch nichts Neues bauen. Hier wollen sie auch. Hier wollen sie auch. Die Schamanen. Oh, ich hab ne Idee, was die Schamanen abkriegt. Ah, das Haus einmal bitte kaputt. Dass er bitte nichts spawnen kann mehr. Danke. Was dauert ein bisschen. Wie das die Vulkanen abkriegt, exklusiv. Sonst sollten die, glaube ich, nichts mehr haben. Außer die Schamanen. 204 könnten wir haben. Wow. Sind alle Hütten eigentlich besetzt? Kennt ihr nur. Und die ist nicht mehr voll ausgebaut. Naja. Ah. Ja, komm. Haua. Viel Spaß mit deinem Vulkan. Okay, das wundert mich jetzt etwas. Da. Da, weg. Weg. Immer noch nicht. Komm. Wo kommt der denn jetzt her? Ich hab doch vorhin geguckt, da war keiner drin. Na egal. Danke. Und wir haben Levokan. Und den können wir jetzt hier auch einsetzen. Müssten wir halt eben. Ja. Oh, das ist... Müssten wird nett. Ich spüre einen verborgenen Zauber irgendwo in dieser Wüste. Dieser Zauber wird die Kräfte meiner Anhänger mehren. Ich muss ihn finden. Erstmal muss ich speichern. Das ist der natürlich nicht. Den, den wir suchen, ist eigentlich da. Aber das ist... Jetzt nicht ein Zauber, den ich... Äh... Er kann halt dem echt wichtig sein. Aber ich brauche ihn nicht unbedingt. Nicht für diese Mission. Sagen wir es mal so. Also... Der Seiter will ich keinen verzaubern. Weil die müssten dann den ganzen Weg gehen. Das war unvorteilhaft. Ich hasse es mir nicht, wenn ich ans Kabel komme vom Headset jetzt. Ich glaube, das hört man nicht im Mikrofon. Sorry, ich weiß nicht, wie unangenehm das Geräusch ist. Ich weiß nicht. Guck mal, grünes Dreck nebenan. Ah, solche Dreck-Nachbarn. Ist doch immer wieder schön. Moment kurz. Okay. Ah, gleich essen. Mein Handy schon wieder sich nicht gemeldet hat, daher. Speich mal kurz. Und dann bin ich gleich wieder da. Und dann bin ich gleich wieder da. Amen. 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 Da bin ich wieder da. Na dann, fortsetzen. Gibt es einen Todesengel? Wo könnte es hier denn einen Todesengel geben? Aber hier gibt es einen Zauber für unten links. Einen Zauber, den ich mein... Na, das ist... Das ist ein Slot für da. Da können mehrere Zauber rein. Und die sind halt eben... Die kann man nie dauerhaft freischalten. Armageddon würde zum Beispiel unten reingehen. Den Teleportzauber oder das, was man hier bekommt. So wie die Mission heißt. Blutrünstig. Und so, jetzt... Dann gleich... Das Baum. Das Baum. Das Baum. Das Baum. Einen Zauber... Spend das Baum. Langsam, aber stetig aufbauen. Langsam. Na, die Hütte ist sogar voll. Könnte der Grüner die den ganzen Zeit nerven, weil man Brücke hoch und Nerven mitzaubern und so alles. Apropos Brücke. Wenn ich hier eine Brücke rüber mache, um das Holz dazu kriegen... Ah. Du willst Holz hier holen, oder? Aha. Ja, und ab jetzt wird Holz und Mangelware. Problem ist, die wollen jetzt das Holz hier holen und dann müssen wir... einen unschönen Weg gehen. Deswegen will ich die Brücke haben. Um den Weg da leichter zu machen und Tieren auf jeden Fall. Um dir das Holz einfach holen können. Kai. Kai. Was dauert eigentlich noch? Wenn ich da ankomme. Naja, dauert ein bisschen, bis die Brücke fertig ist. Kai. 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 Wir haben Palmen, die hier wachsen. Kaum sind sie ein bisschen groß. Ach, erst mal Fällen. Die haben auch kein langes Leben. Ich fange so, um anzubieten. Und die bauen hier auch Wachttürme hin. Und die wollen mich natürlich schon angreifen. Leck mich doch im Arsch. Die Hände sind sogar nicht hochgestattet worden. Wow. Ja, das war's mit dem Kampf heute. Wenn ich erstmal den Zauber hoch mache. Und von dort aus nach unten. Da kann ich ja dem auch gleich verteidigen. In der erhöhten Position. Ah. Das wäre schlauer. Und die geht halt weiter weg. Aber der Radius erhöht sich halt immer mehr. Zwar nur dezent, aber er hat sich erhöht. Ich würde mal schön die Häuser voll machen. Hol' ich mal Holz. Meine sind eins, zwei, drei, vier, fünf, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 24 Holz. Ist ein bisschen. Kann das so passen. Ich bin, wenn ich ihn jetzt nicht. Ich bin zum Beispiel an. Ich bin zum Beispiel an. Ich bin zum Beispiel. Ich bin zum Beispiel an. колbeier oder aus der Graef. Ich bin zum Beispiel an. existem jetzt hier. Jetzt haben sie schon ein erstes davon. Geht's doch zündeln. Gibt's nicht. Ah ok. Könnte es natürlich passieren, dass jetzt ein kleiner Krieg hier oben immer ausbricht. Sehr unverdrefft. War passiert. Gibt's nicht. Taka. Taka. Aha. Soka. Ka. Weg dran wird. Weg dran wird. Komm. Weg mit dir. Warte ich hab. Oh mein Gott. Ah. Kill für Kill. Okay. In Ordnung. Hab ich gedacht, dass sie mich genau trifft. Ah nein. Du verlierst. Doch nicht. Wow. Ah nein. Du verlierst. Weil er der erste war mit. Mit den Sternchen. Wieder. Wieder. Oh. Geh lang. Wieder. Feuer. Geh lang. Kai. Komm du mal hier hoch. Kai. Wieder. Oh. Geh lang. Wir sitzen. Einfach nur. Ob die aufsteigen können. Oh. 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 Höhere Reichweite. Du Arsch. Und trotzdem. Ja. Okay. Oh ne. Das ist ein Krieger. Weg mit euch. Ja. Jetzt patrouillieren die die hier nämlich. Oh. Weg mit euch. Weg mit dir. Weg mit dir. Eins. Zwei. Zwei da rein. Okay. Weg mit dir. Ah. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Aber du solltest dir dem helfen schonmal. Weiß. Na rein. Okay. Ja. Wir helfen das da an. Nur da rennen. Lass den hochkommen, ist in Ordnung. Ja, ich setze mich genau dran. Oh mein Gott. Gut, dass ich genau diesen Blick dahin geguckt habe. Ne, zurück geht. Oh mein Gott. So hart den Arsch gerettet. Oh mein Gott. Und die sind Stufe 2. Okay, ich warte noch, ob es hier Stufe 3 sind. Oder Stufe 4. Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hättest du denn? Irgendwas willst du Achso, bei Holz. Okay, ich versteh schon. Du kannst, komm, komm. Ja, gewonnen jetzt. Ne, wollen nicht zu mir. Die waren zu mir. Weg mit dir. Die das jemals fertig gebaut kriegen. Pfui. 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 Ich hab ja auch persönlich einen 50.000 Fronten kriegen, ne? Ah, vor allem den hier. Ich kämpfe halt immer untereinander, das ist immer so super. Ist die Frage, welchen rot gerade zu gelb? Oh. Oh. Der kriegt auf jeden Fall einige, äh, rot kriegt jetzt auch einige Feuerkrieger. Oh. Oh. Ah ja. Hallo. Ooh. game5 games passär楽 assaulted Ich kann versuchen mit dem Verwirrung hier hinzumachen und dann da hin, dann ist das hier komplett abgesperrt. Oh Gott, ich warte das einfach zu. Der Kampf da oben immer die ganze Zeit. Können wir einfach das zu machen. Da hinten. Ich muss das hier mal absperren. Dankeschön. Jetzt müssen sie da nämlich nicht mehr hoch können. Und da rüber. Ah guck mal, fast geschafft den aufzubauen. Oh, ich mach das kaputt. Ja. Ich freu mich immer drüber, wenn ich etwas kaputt machen kann. Wenn es etwas besser aussieht. So. Oh. Ja. Zack. Guck mal, jetzt kommen sie von dort. Oh mein Gott, das ist einer fertig. Nein, der macht es kaputt. Schade über ihn. So richtig will ich hier einen Aufgang hoch haben. Und das andere muss hier weg. So richtig, dass der warte hat. Ah, mir geht's noch mal. Ehe. 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 Aber jetzt kann ich nicht mehr... Okay. Ah. Ein bisschen kotze ich nicht da reinpacken. Danke. Jetzt hab ich mal was wichtiges getroffen. Oh. Greif den doch da an. Prioritäten. Feuerkrieger Prioritäten. Und dann senken wir mal hier weiter ab. Überall schöne Feuerkrieger rein. Einfach um richtig... ...die ganze Zeit feuern zu können. Wir müssen seitdem irgendwann gar nichts mehr machen können. Ich mach mir jede Menge Platz. Ja. Ja gut. Ja. Entkehrt's. Logisch. Durch die Luftschiffe. Und... ...ja dann nur noch. Ja. Hier geben wir jetzt aber die ganzen... ...ganzen gratis Luftballons... ...äh... ...Luftschiffe, oder? Danke. Warte, warum nicht? Guck was hier für ein Abi ist. Schön. Die haben das... Wie habt ihr das aufgebaut bekommen? Wo sind die hoch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Danke von Gelb. Rechts. Was. Ist hier nicht vorhergesehen. Netter. Ich will doch nicht genau diesen Augenblick dann abhauen. Ich will doch nicht genau diesen Augenblick dann abhauen. Ich würde jetzt nicht wissen. Ich kann euch wenigstens aus. Ich bin dann nicht der KSach. Oh... Ich bin dann wiedergültig. Ich bin dann hier aufs. Ich bin dann hier auf. Ich bin dann hier in der Zeit. Vielleicht doch, die hier oben standen noch. Ah, nee, die. Ja, gut. Die habe ich nicht mehr gedacht. Ja, wenn die die ganze Zeit reparieren wollen. Ich heize davon nicht ab. Ey. Nicht fair. Ah, getroffen. Ich habe nicht mehr Holz. Bolcha Ah, langsam wechselt das Holz hier wieder, sehr schön Ah, das geht jetzt so exzessiv Normalerweise ist das nochmal rot bei mir Oh, das ist dann halt immer gelb, das ist neu Oh, das geht so exzessiv Oh, das geht so exzessiv Oh, das geht so exzessiv Oh, das heutzutage mal von woanders her. Und hoffentlich werdet ihr nicht bekehrt. Knapp. Nur knapp. Oh, oh, oh. What the fuck? Okay. Komm rein da. Jetzt ist hier überall aber genug Kreuz für jeden. Was bist du denn? Ich brauche hier unbedingt mal... ...was zum Bekämpfen gegen die. Ah, ist mal voll. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Nee, da sollen bitte keine normalen Arbeiter drin sein. Heißt noch Arbeiter, oder? Ja, gut. Heißt einfach nur Arbeiter. Arbeiter heißen einfach nur Arbeiter. Wer hätte das gedacht? Oh mein Gott. Das war ein Blitz. Das war schon wild. Ach, geh doch weg. Danke. Danke. Scheiße magisches Schild. Das geht mir so auf den Senkel. Läuft doch gleich auf, anscheinend. Kann ich beilen. Aber einig. Da auch noch. Okay. Aber ich habe nichts zu viel, das. Boah. Hä, der kann 50.000 Schüsse abbringen. Aber es passiert einfach nichts. L-M-A-A. Nein. Geht doch nicht raus. Pack. Halt doch irgendwo mal auf. Okay. Okay. Die holen jetzt, wenn sie abgrillen, holen sie das Holz, gehen da hin. Und die holen sich das Holz ja von denen und so weiter und so fort. Passt doch so. Glaube ich. Kommt du jetzt da rein. Ja. Ja. Das grün, wenn die aktiv angegriffen wird, ist schon irgendwie seltsam. Wenn die explodieren, ey. Immer ein halber Herzanfakt. Ah, jetzt warte. Jetzt warte oben rum. Komm, weißt du was. Geht mir ein bisschen auf den Senkel. Kann ich das nicht einfach auch sagen? Land weg. Göttern keine mehr. Alright. Wir sind. und ich meine leute ok da kann noch einer rein das Luftballon, Luftballon, das ist ne Hütte Geh mal da rein, wenn der Priester hier drin ist Da im Priester, da im Priester seid ihr doch und hier im Priester zur Sicherheit per Treuer Weg mit dem. Ach, da ist die Schamanen. Gut, dass sie nichts macht. Der Grün wird jetzt ausgelöscht. Da oben ist noch ein Feuerkrieger drin. Offensichtlicher zumindest. Ist das jetzt der Verzeichnungsangriff? Nee, noch nicht ganz. Ich hab noch Hunaga gesagt. Es kam aber nicht durch. Oh mein Gott. Äh, okay. In Ordnung. Ob der mit der Schamanen? Komm mit. Was war da rein? Was war da rein? Was war da rein? Was für eine faule Socke. Okay, ich weiß nicht wie die gestorben ist. Aber ist okay. Hilfe hat ich, dass die da hin gehen. Na? Niemandsland ist das. Das hab ich jetzt beschlossen. Ja gut. Da kann ich halt nicht mehr viel machen. Hol das nicht. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Ah, cool. Ich bin schon. Ich glaube eh keine Gebäude mehr, die ich jetzt noch so dringend benötige. Fragezeichen. Ah ja. Ah ja. Okay. Mach's einfacher. Mach's einfacher. Warum nicht gleich so? Ah. Eins. Zwei. Drei. Ja. Ich kann immer noch mit dem Luftschifter hin. So ist es nicht. Ist da absolut keine Dorfwohner mehr drin, also Arbeiter mehr drin waren? Hat mich als Ultra gewundert. Ah. Ja. Otenga. 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 So viel Spaß. So viel Spaß. Hör mal den Mana. Otenga. So viel Spaß. Oh. 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 Mit dem Gebäude Weg mit dem Oh hi Wie kommst du denn im Untergang? Wie kommst du denn? So Weg mit dir Pfui, aus Nein, machst du dich gerade wieder kaputt? Es hat gedauert, das alles aufzubauen Weg Weg Oh Gott Aber hey, grün ist schon mal weg Finde nur noch rot und gelb Nein Ein Wieder Nein Nein Achso, die wollen Mhm, naja Wenn ihr meint da hin gehen zu wollen, dann geht ruhig dahin Ist nur euer Tod Na Ja. Hier oben, okay. Was war das denn gerade, was hier runter geflogen ist? Ach du doofa. Geht doch. So, jetzt kann ich den Rukan weitermachen. Und die schön allesamt. Die Völkern hier hinten. Und hier? Und hier kommt man da hin. Na, wie viel sind das? 160 von 178. Oh, da oben schon wieder. Oh gut, das sind nur Arbeiter. Sollen nur Arbeiter ankommen? Die werden weggepfeffert. Stuhl, ich will nicht immer nach hinten rollen. Dankeschön. Wir sind hier am Boden. Der Boden ist, glaube ich, nicht der Stuhl. Wohl ich hätte weniger Probleme, wenn die rollen ein bisschen. Mehr Kraft bräuchten, um sich zu bewegen. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Und falls er noch... Ist das meiner? Okay, das ist meiner. Na komm was da ankommt. Schaman darf natürlich laufen. Hm, wie hast du mit nem Vulkan? Dagegen kann die nichts machen. Der helft das Schild dann auch nicht. Nein, hau nicht ab. Geht doch. Oh, bei einer hätte ich auch rot damit gekriegt. Rot wäre, wäre rot zu gelb? Ja. Scheint so. Das sind fast alle Hütten fertig endlich mal. Hat aber auch gedauert. Na guck mal, ist echt da drinnen. Ich mach zwar Linksklick da hin, aber... Ah. Echt, eigentlich ist nur so ne Viereckkarte. Den kann man... Ja, hier unten geht es halt eben einfach nicht. Ja, normalerweise ist es zack. Zack. Kann man da nirgendwo hinklicken, wo es normalerweise nicht ist. Ah, 1, 2, 3, 4... Der Rest ist da rein. Wollt nicht keine maximale Bevölkerung haben von 104. Ja, das reicht doch. Ist doch in Ordnung. Komm. So, wollen wir jetzt erst rot auslöschen oder gelb? Wollen wir rot? Rot hat mehr Arschkarte. Mehr Probleme. Oh. Oh. Komm ab. Bin nicht, dass ihr vom Säckenschwang getroffen werdet. Lustigerweise kann das... ...auf die Luftschiffe gehen. Oh Gott, wieso bist du ausgestiegen? Oh, der sumpft nicht. Überraschung. Auf die Luftschiffe. Der macht rund, nö. Ich glaub, die greifen das mit allen an, was sie haben. Einfach weil sie ursprünglich auch ergreifen wollten Auch keiner drun Du hast überlebt, du Glückspilz Oder Pechpilz, hier nachdem Und müsste somit jetzt gleich ausgelöscht sein Ist da noch irgendwas, was hier ankommen möchte? Nö Ach da, sind noch ein paar Sachen Kannst damit nichts mehr aufbauen, vergiss es Immer noch nicht Oh, ah, Vollkrieger noch, okay Okay, dann gehen wir mal hier mal eine kleine Oh, das ist ein Sumpf Die sollte auch von so oder so immer sterben Na dann nur noch Gelb Mit der größten Siedlung Oh, okay, für mich angreifen Seh dich Weißt du was Wenn du da schon wieder so hübsch stehst So idiotisch bist Im Vulkan? Direkt in dem Vulkan Oh, mein Gott Ja Ripp Oh, okay, das ist kürzer Klar, gut Na dann Ich glaube das müsste Ne Oh, jetzt ist rot Okay, und war ganzheitlich ausgelöscht WTF Naja Und lösche ich jetzt Gelb einfach aus So, die Frage Wo will ich einen Vulkan da reinsetzen? Sollte eigentlich relativ viel Treffen dadurch So, die Frage wegen den Inhalten der Hütten Dass die meisten Hütten von denen auch einfach leer bleiben Das ist schon irgendwie Traurig Oh Gott, es kommt noch ein Angriff Ja, hau ab Hätte schmerzhaft werden können Weg mit dem Ah, es ist so lustig Und tschüss Und tschüss Was die immer so Schamanen wollen und dabei hat, ne Ah Göttlich Ach, da ist jetzt nicht doch die Schamanen drin, okay Ey Kennst du schon den Vulkan? Bin ich Jetzt wirst du ihn kennenlernen Ich glaub sie hat ein Dichavu Zum dritten Mal Dreifaches Dichavu Wunderschöner Feuerring Wunderschöner Feuerring Was ist denn auch sonst? Was ist denn auch sonst? Ah Hallo? Danke Ach Ja Oh Ah 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 Äh, ja komm doch, lass ich einfach mal aktiv. Oh, das muss weg. Okay, da war einer dem. Waren die Häuser schon Feuer hier? Ich glaub schon. Oh, egal. Gleich sind sie nicht mehr da. Oh, schade. Wollen wir den? Ja. Oh, schade. Oh, schade. Ich weiß nicht, warum die auf und zu aussteigt. Warum gibt die nicht auf? Ich meine, die hat nur eine einzige Gürtel, die doch noch was produzieren könnte, aber jetzt gibt es sie auch, okay. Verzweiflungsakt. Nur du lebst noch, oder? Ja, du hast noch einer. Oh, okay. Alter. Ich hinterfrag's nicht. Achso, stirb. Eine Stunde fünf. Okay, das war... Das war eine längere Mission. Okay. Oh. Holy shit. Holy shit. Ich werde jetzt erstmal was essen. Aber ich kann nicht essen während der Mission. Moment, kurz. Ich habe schon wieder keinen Löffel mehr hier oben. What the fuck? Er ist immer nicht wo die Löffel abkommen. Und mein Handy. Okay, mein Handy habe ich gefunden. Das ist so. Ich brauche mein Handy wegen Taschenlampe. Ich habe keinen Löffel mehr, mich. Bitte, ich bin responds. Aber ich mache mir keinen问题. Ich werde, in der du fletzigen. Probst du das. Okay. Abt Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hasse diesen Boden. Endlich was zu essen. Kurz umrühren. Wenn wir in die Mission reingehen, haben wir bessere Musik, oder? Ja. Ja. und ich habe Spaß Spaß aber es war so beim Essen so ich bin die Missions fürs nächste mal auf ja ja das mache ich dann große Schwierigkeiten spüren die vor mir liegen die Shumara, Dakinio und Matak sammeln ihre Kräfte um gegen uns anzutreten dann gucken wir uns die Mission einfach an ich habe doch vorhin nicht gespeichert oder? doch okay gut groß aufgebaut schon auch schon aufgebaut auch schon aufgebaut was wir machen müssen abtrennen abtrennen dass wir nur noch den ein weg haben man könnte natürlich auch sagen okay abtrennen abtrennen nur noch ein weg oder hier von da war ja den beides schon mies und wir haben halt dem nicht sehr viel obwohl ich auch teilweise echt doof aufgebaut war man naja gut so wollen wir dann raiden viel Spaß da Spaß gemacht wir hören uns dann morgen ja morgen wieder viel Spaß noch schönen Abend gute Nacht schlaf gut und viel Spaß ja viel Spaß noch sie Truth sie 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 Vielen Dank.